Gute Geschichten gehen immer ganz einfach. Wir haben vier Booten, die was zum Mittagessen bringen. Eine Tür und eine Klingel. Klingt easy, aber genau damit haben wir sie in den Wahnsinn getrieben. Nochmal. Alle vier. Nein. Nein, nein, nein. Zwischen Klingelknopf und Tür liegen nur vier Meter. Drücken Sie. Und wer sitzt am Drücker? Na. Unser Lockvogel Anna. Hallo. Taxi, ich habe Ihr Essen dabei. Ah ja, freue ich mich. Ich drücke und Sie müssen in den zweiten Stock. Ja, da war er vielleicht nicht schnell genug. Können Sie den bitte ein bisschen länger gedrückt halten, weil das ist mal viel zu schnell. Ja, ein bisschen länger bitte. Ach, das ist doch nicht zu fassen, ey. Sie müssen, Sie müssen, Sie müssen, Sie müssen bitte den Knopf ein bisschen länger gedrückt halten, sonst komme ich da nicht rein. Ich muss fünf Meter bis zur Tür, das schaffe ich sonst nicht. Ich drücke nochmal. Oh, drücken Sie mal jetzt bitte. Länger bitte, ein bisschen länger gedrückt halten. Ich verstehe Sie nicht, kommen Sie doch mal näher ran. Zählen Sie mal bitte bis drei und dann erst bitte drücken. Ja, in Ordnung. Jetzt bitte. Drei. Und allen anderen geht's nicht viel besser. Die Armen. Ja, hallo? Ja, immer noch hallo. Lange, länger. Ich drücke. Nochmal. Hallo. Nee, Sie drücken nicht, drücken Sie. Ich drücke. Ah. Oh Gott. Ich bin auch keine Rakete. Ah. Hallo. Sind Sie jetzt drin? Nein, können Sie nicht an ein bisschen länger gedrückt halten. Ich muss ja hinrennen. Sie müssen schneller laufen. Was ist denn ein Mist? Nein, ich komme nicht rein. Mann. Halt! Halt! Mann! Hallo. Ja, ich fahr jetzt wieder weg. Ich stehe hier nicht stundenlang vor der Tür rum. Sind Sie nicht drin jetzt? Nein, ich bin nicht drin. Ich stehe hier draußen und rede mit Ihnen. Wie soll ich denn reinkommen? Ich drücke nochmal. Oh. Hallo? Drücken Sie nochmal. Ich bin noch nicht drin. Ich verstehe Sie jetzt nicht. Hallo. Das ist 100. Ich gehe hin. Drucken Sie. Seit mittlerweile gut 8 Minuten rennt er hin und her. Und her und hin. Das nennt man wohl bestellt und nicht abgeholt. Sie machen mich verrückt heute. Wo liegt denn das Problem? Weil immer, wenn ich zur Tür komme, Sie hören auf zu drücken. Drücken Sie, wenn ich vor der Tür stehe. Okay, drücken Sie jetzt. Hallo? Drücken Sie! Hallo? Drücken Sie! Ich habe eben gedrückt. Soll ich jetzt lieber runterkommen? Ich glaube, Sie schaffen das nicht. Ist sie beknackt oder wie? Kommen Sie da runterkommen, bitte? Kleinen Moment, ich komme. Na also, Anna kommt und Sie glauben, endlich werden Sie Ihre Lieferung los. Aber dann? Ich will das jetzt auch gar nicht mehr haben. Mein Hunger ist jetzt weg. Sie nehmen das wieder mit. Bringen das zu Barbara Schöneberger in die Sendung. Verstehen Sie Spaß? Herzlich willkommen! Also ich habe ein Abo. Wenn ihr das auch wollt, dann könnt ihr das hier jetzt sozusagen unbürokratisch abschließen. Ansonsten gibt es jede Menge tolle Filme hier. Und den neuen Film, den gibt es hier oben in der ARD-Mediatheer. Wir sehen uns im nächsten Film. Wir sehen uns im nächsten Film.